Gunderich, der Graf von Brabant, lebte um die Zeit der Kreuzzüge. Er war im ganzen Lande bekannt als einer der frömmsten und fleißigsten Kirchgänger. Selbst seine Burg glich einem Kloster. Man hörte darin keine Sporen klingen, keine Rosse wieren und keine Waffen rauschen, sondern nur das andächtige Flüstern von Gebeten und das Klingeln feiner Silberglöckchen. Der Grund für dieses klösterliche Leben lag darin, dass der Graf von Brabant keine Kinder besaß, was ihn und seine Frau Gräfin innerlich tief betrübte. Oft sprach er zu seiner Frau, Warum hat uns der Himmel nur so gestraft und uns die Nachkommenschaft verwehrt? Welchen Grund mag es nur geben, dass uns die Freude an wenigstens einem Kinde versagt wird? Die traurige Gräfin versuchte oft vergeblich, ihren Gemahl zu trösten. Tragt nicht zu schwer an eurem Schicksal, lieber Gemahl. Lasst uns vertrauen auf unsere Gebete. Gott wird uns erhören. Zufälligerweise traf es sich, dass Albertus Magnus, der einst Bischof zu Regensburg gewesen war, dieser Würde aber aus Liebe zu den Wissenschaften entsagt hatte, seinen Weg durch Brabant nahm und bei dem Grafen vorsprach. Dieser eilte ihm hoffnungsvoll entgegen. Würdiger Bischof, wir danken euch für euren Besuch. Weilt in unseren Mauern, solange es euch beliebt. Hier lege ich hundert Goldstücke in eure Hände. Lasst eine Messe dafür lesen, auf das meine Gemahlin mit einem Kind gesegnet werde. Die Gräfin wollte ihrem Mann um nichts nachstehen und legte ebenfalls hundert Goldstücke in die Hände des Bischofs und bat ihn um eine Unterredung. Wisst ihr mir keinen Rat, hoher Herr? Ihr seid in allen Wissenschaften und geistigen Künsten bewandert. Lasst mich aus eurem Munde vernehmen, was ich tun muss, um ein Kind zu erhalten. Seid unbesorgt, gute Frau. Ich sage euch ein Kind voraus, welches das Licht der Welt erblicken wird, noch ehe ich das nächste Mal bei euch einkehren werde. Die Prophezeiung traf ein. Bei seiner Wiederkehr fand Albertus Magnus in den Armen der erfreuten Gräfin ein zartes Fräulein, der Mutter Ebenbild. Vater Gunderich hätte zwar einen männlichen Erben lieber ankommen sehen, aber weil das kleine Geschöpf so niedlich und freundlich war, trug er es oft auf dem Arm und hatte große Freude daran. Als Bischof Albertus sich zur Abreise schickte, bat ihn die Gräfen, Geistlicher Herr, hört meine Bitte, bevor ihr von dannen zieht. Hinterlasst meinem Töchterlein ein Andenken, ein Amulett oder einen Segen, denn ihr seid gewissermaßen der geistige Vater meiner kleinen Tochter. Gut, dass ihr mich daran erinnert, aber sagt mir zuvor an, zu welcher Stunde das edle Fräulein zuerst die Wände beschrien hat. Dann lasst mich acht Tage allein in einer einsamen Klause. Dort werde ich ein Kunststück fertigen, das dem kleinen Fräulein sicher Freude bringen wird. Nach acht Tagen hatte der Kunstmeister das Werk vollendet. Er trat vor die Gräfin hin und überreichte ihr ein Kästchen. Dieses Kästchen enthält einen Spiegel von großer magischer Kraft. Übergebt ihn eurer Tochter, sobald sie herangewachsen ist. Und sagt ihr, dass der Spiegel ihr jede Frage beantworten werde, welche sie an ihn richte. Sei tausendmal bedankt, edle Herr. Lebt wohl. Möge stets Glück und Zufriedenheit all eure Wege begleiten. Und somit nahm der Bischof freundlichen Abschied und ritt von Dannen. Richilde, so war das kleine Mädchen getauft worden, wuchs heran und erblühte zu einer auffallenden Schönheit. Sie war gelehrig und fleißig und stets die Freude ihrer glücklichen Eltern. Aber es kam die Stunde, da der Graf sich niederlegte, um zu sterben. Nicht lange darauf wurde auch die Gräfin sehr krank und fühlte das Herannaren ihres Todes. Da rief sie ihre Tochter an ihr Sterbelager. Ich verlasse dich, geliebte Richilde. Aber der Verlust deiner guten Mutter soll dir durch einen treuen Freund und Ratgeber ersetzt werden, der, wenn du weise und klug bist, deine Schritte leiten wird, dass du nie irre gehst. Dort in der Schublade, die meine Juwelen aufbewahrt, befindet sich ein natürlich Geheimnis, ein Spiegel, welcher dir alle Fragen beantworten wird, welche du an ihn stellst. Aber hüte dich, ihn aus Vorwitz oder Neugier zurate zu ziehen oder ihn unbesonnen das zukünftige Schicksal deines Lebens abzufragen. Ich will euren Rat befolgen, liebe Mutter. Habt Dank für alles, was ihr mir Gutes getan habt. Die sterbende Mutter umfasste die jammernde Richilde, kämpfte ihren Todeskampf und verschied. Richilde trauerte lange Zeit um ihre Eltern. Dem ungeachtet aber breitete sich der Ruf ihrer Schönheit aus gegen die vier Winde des Himmels. Viel Prinzen und Grafen kamen von fernen Landen, ihr den Hof zu machen. Richilde fühlte sich sehr geschmeichelt und die Stimme der Eitelkeit wurde in ihr immer reger. Aus aller Herren Länder kommen die Prinzen und Grafen, meine Schönheit zu betrachten. Bin ich wirklich weit und breit das schönste Fräulein von Brabant? Oder könnte es sein, dass irgendwo im Verborgenen ein anderes Fräulein lebt, das an Schönheit mich noch übertrifft? Warum soll ich nicht meinen Spiegel befragen? Hab ich ihn nicht erhalten, auf das er mir rede und Antwort stehe? Sie verschloss sich also eines Tages in ihr Gemach, trat vor den magischen Spiegel und hob ihren Spruch an. Spiegel blink, Spiegel blank, goldener Spiegel an der Wand, zeig mir die schönste Dirn in Brabant. Behend zog sie den seidenen Vorhang auf, blickte hinein und sah darin mit großer Zufriedenheit ihre eigene Gestalt. Darüber war ihr Herz stolz und hoffertig und sie begann, alle Menschen um sich herum gering zu achten. Eines Tages trat die weise Kammerzofe Aja in ihr Gemach. Schöne Richhilde, hört auf meinen Rat, ihr seid das schönste Fräulein vom Brabant. Die edelsten Ritter werben um eure Hand, zögert nicht zu lange, denn wie schnell ist die Schönheit verblüht, die Zahl der Freier wird geringer werden und es wird der Tag kommen, wo keiner mehr eure Hand begehrt. Darum rate ich euch, wählt bei Zeiten einen Gatten. Richhilde hörte sich die Worte an und dachte sich dabei, Sie hat recht, ich werde mir einen Ritter auswählen, aber es muss der Schönste sein von allen, die in ganz Brabant zu Rosse sitzen. Ich werde meinen Spiegel befragen, er soll mir Antwort geben. Spiegel blink, Spiegel blank, goldener Spiegel an der Wand, zeig mir den schönsten Mann in Brabant. Der Spiegel antwortete, wie er gefragt worden. Er präsentierte auf der wassergleichen Oberfläche einen stattlichen Ritter in vollem Harnisch. Sogleich rief sie ihre Zofe Aja zu sich. Ich habe ihn gefunden, den Mann meiner Wahl. Der schönste Mann von Brabant ist mein. Such ihn auf, ich bitte ihn um seine Aufwartung. Gut, gebt uns Bericht, wer es ist und wo er zu finden ist. Sein Harnisch ist gülden, lasurblau verschmelzt. Auf seinem Schilde schreitet ein schwarzer Löwe in silbernem, mit roten Herzen bestreutem Felde. Und die Livree seiner Feldbinde und des Wehrgehänges ist die Farbe der Morgenröte, Pfirsichblut und Orangengelb. Doch seinen Namen kenne ich nicht, aber ihr werdet ihn schon finden. Wertes Fräulein, der ehrenfeste Ritter, von dem ihr sprecht, ist mir wohl bekannt. Denn nach eurer Beschreibung und den Merkzeichen seiner Rüstung kann das kein anderer sein als der Graf Gombald vom Löwen. Doch der ist bereits beweibt und kann nicht der eure werden. Bei diesen Worten entfärbte sich die Gräfin, dass sie dachte, umzusinken. Sie entließ ihre Dienerschaft und schloss sich in ihre Kammer ein, aus der sie tagelang nicht hervortrat. Das hundertzüngige Gerücht aber breitete indessen die seltsame Wahl der schönen Richilde im ganzen Lande aus, sodass sie auch an Ritter Gombalds Ohr drang. Er dachte eitel bei sich, Wenn das Fräulein Richilde, welches mit Recht als das schönste Weib in ganz Brabant gepriesen wird, mich zum Gatten begehrt, so ist es nur billig, dass ich als der schönste Ritter im Land mich ihr zugeselle. Mit diesen Gedanken trat er vor seine Gemahlin und eröffnete ihr, Ich erkläre unsere Ehe hiermit für null und nichtig. Es war ein schlechter Entschluss, uns zusammen zu tun. Nehmt in einen Teil unserer Habe und zieht euch in ein Kloster zurück. Die teure Gatten jammerte und klagte, doch es half nichts. Sie musste sich dem Willen ihres Gemahls fügen. Frohen Mutes zog dieser nun an den Hof der Gräfin Richilde, warf sich wonnetrunken ihr zu Füßen, und als sie diesen herrlichen Mann erblickte, nach welchem ihr Herz so lange gesäufzt hatte, fühlte sie darin unbeschreibliches Entzücken und schwur dem Ritter von Stund an den Bund der Treue. Das Glück währte lange, doch nicht ewig, denn als eine Reihe von Jahren vergangen war, da regte sich Reue im Herzen des Ritters Gombald, und er sprach zu Richilde, Wir können nicht ferner zusammenhausen. Mein Gewissen drängt mich, meine Schuld zu versühnen. Ich will gehen Jerusalem wallfahrten zum heiligen Grabe und versuchen, ob ich dort die Ruhe meines Herzens wiederfinden kann. Gesagt, getan. Richilde widersetzte sich diesem Vorschlag nur schwach, und sie ließ ihn ziehen. Als übers Jahr die Botschaft kam, dass der Graf in Syrien an der Schwarzen Pest gestorben sei, gelüstete es Richilde, sich einen neuen Gatten zu nehmen. Zuvor trat sie vor den magischen Spiegel, um anzufragen, ob sie noch immer die schönste Frau von Brabant sei. Spiegel blink, Spiegel blank, goldener Spiegel an der Wand, zeigt mir das schönste Weib in Brabant. Schauer und Entsetzen befiel sie, als der seidende Vorhang aufrauschte und eine fremde Gestalt ihr ins Auge fiel, schön wie ein weiblicher Engel. Sofort schickte sie nach ihrer Zofe Aja. Hör zu, Aja! Hier in Brabant lebt ein junges Mädchen mit blondem Haar und himmelblauen Augen. Um den Hals trägt sie ein Amulett, das einem springenden Löwen gleicht. Kannst du mir sagen, wer dieses Mädchen ist? Gewiss kann ich euch das sagen. Dieses Mädchen ist eure Stieftochter. Denn nachdem Graf Gombald seine Frau ins Kloster geschickt hatte, wurde er bald darauf eine Tochter geschenkt, Blanka mit Namen, welche jetzt in einem entlegenen Schlosse lebt. Oh, dass ich das erleben muss! Aber das soll anders werden. Sieh hier diesen Apfel, Aja! Richte ihn so zu, dass die eine Hälfte davon ganz unschädlich sei, die andere aber von Gift beschwängert werde, dass, wer davon genießt, in wenig Stunden sterbe. Aja tat, wie ihr befohlen. Sie nahm eine spitze Nadel, grub drei Löchlein damit in den Apfel und ließ darein fließen einen scharfen Likör. Und nachdem die Gräfin den Apfel in Empfang genommen, stieg sie auf ihr Ross und trabte in Begleitung weniger Hofdiener zu ihrer Stieftochter Blanka hin. Mein armes, mutterloses Kind, lass mich dich in meine Arme schließen und lass uns gemeinsam den Tod deines Vaters beweinen, der vor einem Jahr an der Schwarzen Pest gestorben ist. Lasst mich euch mit treuer Mutterliebe umgeben, auf dass ihr nicht mehr so alleine seid. Seid willkommen, liebreiche Mutter. Ich will euch bewirten, als wäret ihr meine leibliche Mutter. Daraufhin ward ein festliches Mahl bereitet und zum Schluss teilte die Gräfin den vergifteten Apfel, verschlang selbst die genießbare Hälfte und überreichte Blanka den giftigen Teil. Schon nach wenigen Stunden tat das Gift seine Wirkung und die böse Richilde rief mit falschen Tönen Seht doch, wie die rosenfarbenen Wangen erbleichen, alle Glieder ihres zarten Leibes erbeben, die Nerven zucken und hüpfen, ihre liebevollen Äuglein brechen und schlummern in den endlosen Todesschlaf hinüber. Oh, welch Jammer! Lasst uns von Dannen ziehen und still ihren Tod beweinen. Glücklich ritt Richilde von Dannen. Für die schöne Blanka aber zimmerte man einen Sarg aus Föhrenholz und um ihres Anblicks nicht auf einmal beraubt zu sein, machte man ein Glasfenster da rein. Zu Hause angekommen, trat Richilde sofort vor den Spiegel, befragte ihn mit ihrem Sprüchlein und war hoch erfreut. Ich bin es wieder. Ich bin wieder die schönste Frau in Brabant. Aber was sind das für Rostflecken dort auf dem Spiegel? Nun, was schadet's. Immer besser, dass sie auf dem Spiegel haften, als auf meiner Haut. So gingen ein paar Tage vorüber und an jedem einzelnen trat Richilde vor den Spiegel, um sich ihrer Schönheit zu vergewissern. Doch Wunder über Wunder, eines Tages war wieder die weitaus schönere Blanka in dem Spiegel zu sehen. Zorn erfüllt sprach sie zu Aja. Oh, du schändliche Betrügerin! Verachtest du also so mein Gebot? Hieß ich dir nicht, einen Apfel so zuzurichten, dass sein Genuss töte? Ich weiß nicht, gestrenge Frau, wie ich eure Ungnade erlangt habe. Was ihr mir befohlen, habe ich fleißig ausgerichtet. Nun gut. Diesmal sei dir dein Fehl verziehen. Doch unter der Bedingung, dass du mir eine wohlriechende Seife fertigst, die unfehlbar leiste, was der Apfel nicht vermochte. Du selbst wirst dir die Seife bringen. Du wirst dich als Krämerin verkleiden und zu meiner Stieftochter Blanka wandeln. Aja zog hin zu dem Fräulein, welches keinen Betrug ahnte und sich bereden ließ, mit der Seife sich ins Bad zu setzen. Doch kaum hatte sie die Seife berührt, da rief sie aus, Nehmt die Seife hinweg! Sie verbrennt mir die Haut! Ich schwanke, ich stürze! Oh, helft mir! Ich komme um! Und damit sank sie zu Boden. Richilde überzeugte sich bald darauf anhand ihres Spiegels von ihrer wiedergewonnenen Stellung als schönste Frau in Brabant. Eine Zeit lang genoss das eitle Weib dieses eingebildete Vergnügen, bis ein fremder Ritter an ihren Hof kam, um Richilde einen Besuch abzustatten. Er begrüßte die Gräfin. Seid mir gegrüßt, Gräfin Richilde. Ich bin der Ritter Gottfried von Ardenne, bin unterwegs, um eurer Schönheit zu huldigen, denn erst gestern habe ich eure Stieftochter Blanka kennengelernt, welche auf einem entlegenen Schlosse wohnt. Sie ist reizend über alle Maßen und schön von Angesicht, dass es kaum zu beschreiben ist. Ihr habt meine Stieftochter gesehen? Wie ist das möglich? Mit eigenen Augen sah ich sie. Noch morgen werde ich zu ihr zurückkehren, denn ich will um ihre Hand anhalten. Richilde erbleichte bis in die Haarspitzen. Sie ließ ihre Dienerin Aya in den Turm werfen und ging tagelang grübelnd auf und ab. Nachdem der erste Zorn verraucht war, trat sie zu Aya in den Turm. Du sollst eine letzte Chance haben. Geht es wieder schief, ist dein Leben verwirkt. Schleuse in diesen Brief, in dem ich zärtliche Worte an Blanka richte, Tod und Verderben ein für die Hand, die ihn öffnet. Hüte dich zum dritten Mal, mich zu täuschen, so lieb dir dein Leben ist. Ich will alles tun, was ihr mir sagt, nur verschont mein Leben. Binnen einer Stunde will ich den Brief so hergerichtet haben, dass Blanka nie wieder die Augen öffnen wird. Also gelangte der Brief in Blankas Hände. Als sie bemerkte, wer ihr geschrieben hatte, rief sie nichtsahnend aus. Meine liebe Stiefmutter hat mir geschrieben. Sie hat sich meiner also noch erinnert. Ich will ihn gleich öffnen, um ihn zu lesen. Aber wie geschieht mir? Welch ein Geruch steigt mir entgegen? Nein, dies ist kein guter Brief. Nehmt ihn weg. Mir schwinden die Sinne. Alle Kraft entgleitet meinen Körper. Helft mir! Aber jede Hilfe kam zu spät. Blanka glitt auf die kalten Fliesen und schloss ihre blauen Augen. Man legte sie zum dritten Mal in den Sarg und beweinte sie unter großer Anteilnahme. Am nächsten Tage kehrte Ritter Gottfried zurück, um Blanka zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle, denn er hatte sich über beide Ohren in sie verliebt. Sein Entsetzen war so groß, dass er tagelang nicht von ihrem Sarg wich. Zu später Stunde bemerkte er plötzlich, dass Blanka ihre blauen Augen öffnete und ihn mit zitternden Lippen anredete. Wer seid ihr und wo bin ich? Habt keine Angst, schönes Fräulein. Von mir droht euch keine Gefahr. Mein Name ist Gottfried von Ardenne und ihr liegt in einem Sarg, weil man euch für tot hielt. Ich bin nur hier, um euer Schicksal zu beweinen. Doch jetzt muss ein Wunder geschehen sein. Das verdanke ich alles meiner bösen Stiefmutter. Sie schickte mir einen Brief, den ich nichtsahnend öffnete, darauf wurde ich ohnmächtig. Der Brief muss ein Gift enthalten haben. Auch einen vergifteten Apfel habe ich aus ihren Händen gegessen, sowie eine Seife benutzt, die mir Schaden zugefügt hat. Schönste Blanka, seid ihr bereit, meinen Rat zu befolgen? So will ich euch helfen, den Ränken eurer bösen Stiefmutter zu entgehen. Gern will ich auf euch hören, denn ich sehe, ihr habt ein gutes Herz. So hört zu. Ihr müsst noch eine Zeit lang in dieser Gruft verharren. Ich will unterdessen zum Schein um eure Stiefmutter werben, und sie soll sich selber die Strafe aussuchen, die ihr gebührt. Blanka willigte ein, und Ritter Gottfried machte sich auf den Weg nach Brabant. Dort angekommen trat er vor Richilde hin und sprach, Schönste Gräfin von Brabant, wie ihr vernommen habt, ist eure schöne Stieftochter gestorben. Sie war die schönste Frau im Land, deren Platz ihr nun wieder eingenommen habt. Seid ihr bereit, mir die Hand zum Lebensbund zu reichen? Denn ich habe geschworen, nur die schönste Frau in Brabant zu heiraten. Gern bin ich dazu bereit. Lasst uns sogleich alles zur Hochzeit herrichten. Und so geschah es. Richilde, die darüber frohlockte, dass es ihr endlich gelungen war, ihre Stieftochter beiseite zu schaffen, trat in vollem Hochzeitsornat noch einmal vor den Zauberspiegel, um sich zu vergewissern, dass auch wirklich niemand ihr den Rang ablaufen könne. Spiegelblink, Spiegelblank, goldener Spiegel an der Wand, zeig mir das schönste Weib in Brabant. Der Vorhang teilte sich, aber was Richilde sah, war ein erblindeter, mit Rostflecken übersäter Spiegel, auf dem nichts zu erkennen war. Sie tröstete sich, Ach, was soll's? Blanka ist tot. Sie war die Einzige, die mich an Schönheit hätte übertreffen können. Mag der Spiegel erblindet sein. Gottfried, mein zukünftiger Gatte, hat durch seine Wahl schon entschieden, wer die schönste Frau im Brabanter Land ist. Mit großer Behändigkeit wurde der Brautzug veranstaltet. Als der Höhepunkt des Festes sich näherte, wendete sich Ritter Gottfried an die Gräfin und sprach, Soeben erfahre ich, schöne Richilde, dass von den zwölf Jungfrauen, die mit uns zum Altare gehen sollen, die schönste unter ihnen von ihrer eifersüchtigen Mutter ist umgebracht worden. Sprecht! Welche Rache soll diese Schandtat verdienen? Oh, der schauervollen Tat! Die grausame Mutter verdiente an der gemordeten Stelle den Brautreigen mit dem unglücklichen Jüngling in glühenden, eisernen Pantoffeln zu tanzen. Das würde Balsam für die Wunde seines Herzens sein, denn die Rache ist süß wie die Liebe. Ihr urteilt recht. Es geschehe also! In dem Augenblicke flogen die hohen Flügeltüren des Nebengemaches auf und darin stand Fräulein Blanka mit herrlichem Brautschmuck angetan. Man hatte sie heimlich ins Schloss geholt. Richildes Blut erstarrte in den Adern, wie vom Blitz gerührt sank sie zu Boden. Gottfried aber trat auf sie zu. Nun, Frau Richilde, warum erblasst ihr? Habt Erbarmen mit mir, tut mir kein Leid. Ihr habt euer Urteil selbst gesprochen. Seht hier diese glühenden Pantoffeln. In ihnen werdet ihr den Brautreigen eröffnen. Hört mich erst an! Nicht ich habe ersonnen, die schöne Blanka zu vergiften. Meine Zofe Arya hat all diese Ränke ausgeführt. Ritter Gottfried konnte diesen Worten kaum Glauben schenken. Es wurde die Zofe sofort herbeigerufen und zur Rede gestellt. Sie kam mit schwankenden Knien herbei und warf sich dem Ritter Gottfried zu Füßen. Glaubt meinen Worten, edler Ritter. Ich habe auf Befehl der Gräfin Rechilde zwar alle diese Zauberdinge ausgeheckt, aber ich tat es nur aus Angst um mein Leben. Dennoch habe ich es nicht übers Herz gebracht, die Augen der schönen Blanka auf ewig zu schließen. Aus diesem Grunde habe ich all den Zaubermitteln lediglich die Kraft gegeben, für kurze Zeit das leibliche Leben Blankers zu vernebeln. Ist sie nicht jedes Mal, binnen kurzer Frist wieder zum Leben erwacht? Ihr habt recht. Es blieb euch keine andere Wahl. Euer Herz ist nicht schlecht. Ihr könnt gehen. Rechilde aber verdient ihre Strafe. Kapellmeister, beginne den Tanz. So hatte die Böserich Hilde keine andere Wahl und unter großen Schmerzen musste sie den glühenden Tanz vollführen, welcher zum Saal hinausführte, die stiegen hinab in den wohlverwahrenden Turm, wo die büßende Sünderin Zeit und Muße hatte, über ihre schlechten Taten nachzudenken. Gottfried von Ardenne und Blanka aber lebten in einer paradiesischen Ehe. Sie hatten viele Nachkommen und die Grafschaft Brabant war über Jahrhunderte hinweg der blühende Mittelpunkt eines prunkvollen Lebens. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017